Herzlich willkommen meine Damen und Herren zur vierten Schwerterrunde, zu einer ganz besonderen Runde. Welche Frage konkret haben Sie an Ihren Bürgermeister? Für uns als Wochenmarkthändler ist halt die Frage, wann der Wochenmarkt halt umgebaut wird. Also der aktuelle Stand ist, dass wir auf den Förderbescheid des Landes warten. Es ist so, dass wir schon seit ewiger Zeit darum kämpfen, dass eine nette Toilette kommt. Ja, die nette Toilette ist tatsächlich ein System, was wir vorgeschlagen hatten einzuführen in Schwerte. Ja, wir machen tatsächlich viele Bürgerbeteiligungsformate in Schwerte. Wir werden sogar ausgezeichnet dafür.